Liebe Freunde des inneren Wachstums und der Selbstheilung, herzlich willkommen zu unserer heutigen Meditation. Ich freue mich, dass ihr euch die Zeit nehmt, euch selbst zu widmen und auf eine Reise der inneren Heilung und Freude zu gehen. Lasst uns gemeinsam eintauchen in die Kraft der Gedanken und der Emotionen, um unser volles Potential zu entfalten und ein Leben voller Glück und Erfüllung zu erschaffen. Deine Reise zur inneren Heilung und Freude Ich lade dich ein, einen Moment lang alles um dich herum loszulassen. Und dich ganz auf dich selbst zu konzentrieren. Finde eine bequeme Position, sei es im Sitzen oder im Liegen und schließe sanft deine Augen. Beginne damit bewusst deinen Atem wahrzunehmen, spüre wie die Energie, Leichtigkeit sanft durch deine Nasenlöcher strömt, deinen Brustkorb sich hebt und senkt. Wie dein Bauch sich mit jedem Atemzug hebt und senkt. Erlaube dir in diesem Moment alles loszulassen, ohne Druck oder Erwartungen. Lass jede Sorge, jeden Gedanken des Tages einfach los und widme dich vollkommen diesem heiligen Moment der Selbstfürsorge und Entspannung. Du bist sicher und geborgen. Du bist sicher und geborgen. Gut, wenn du bist Als nächstes lade ich dich ein, deinen Fokus auf deinen körperlichen Empfindungen zu lenken. Beginne damit, deine Zehen zu spüren, jede einzelne Zehe und lass dann dieses Gefühl der Entspannung langsam über deinen Fußrücken und deine Füße hinweg gleiten. Erlaube deinen Füßen, sich schwer und entspannt anzufühlen. Lasse dann diese Entspannung weiter nach oben durch deine Waden und Schenkel gleiten, während du jede Muskelgruppe bewusst lockerst und entspannst. Spüre, wie die Spannung aus deinen Beinen weicht und deine Muskeln weich werden. Jetzt führe diese Entspannung weiter in deinen Beckenbereich, deinen Bauch, deine Brust und deinen Rücken. Erlaube deinem Körper, dich mit jedem Atemzug noch tiefer zu entspannen. Spüre, wie jede Anspannung nachlässt, wie ein schwerer Mantel von deinen Schultern gleitet. Dein ganzer Körper ist jetzt ruhig und entspannt. Diesen Zustand der vollkommenen Ruhe und Gelassenheit. Ich stelle dir vor, du bist an einem Ort, der dich mit innerer Ruhe und Freude erfüllt. Vielleicht ist es ein Ort aus deiner Vergangenheit, an dem du dich besonders glücklich gefühlt hast. Oder ein Ort in deiner Vorstellung, der dir Frieden schenkt. An diesem Ort gibt es eine Quelle, deren Wasser ein einzigartige, heilende Energie besitzt. Gehe behutsam zu dieser Quelle und spüre die erfrischenden Tropfen auf deiner Haut. Mit jedem Tropfen, der auf dich fällt, spürst du, wie deine innere Kraft und Energie wiederhergestellt wird. Nimm dir einen Moment um das Gefühl dieses Ortes und die wohltuende Energie des Wassers vollständig zu erfassen. Lass die positiven Schwingungen durch deinen Körper fließen und spüre, wie sich jede Muskel entspannt und jede Zelle mit Freude erfüllt wird. Atme tief ein und aus. Lass und erlaube dir, diese heilende Energie in dich aufzunehmen. Du bist einzigartig und wertvoll und du verdienst es, dich mit Glück und Energie zu umgeben. Lass dieses Gefühl der Zufriedenheit und des Wohlbefindens tief in dein Herz eindringen und dich auf deinem Weg zur inneren Heilung begleiten. Während du dich in diesem heilen, heiligen Ort befindest, nimm dir einen Moment zurück, Zeit, um über die alten Muster und Begrenzungen nachzudenken, die dich zurückgehalten haben. Erlaube dir, sie zu erkennen und loszulassen und Platz für Neues zu schaffen. Schau, wie die alten Muster sich auflösen. und von dem warmen Licht des Glücks und der Energie überflutet werden. Fühle die Befreiung und den Frieden, die damit entstehen und erlaube dir, dich von ihnen zu befreien und einen neuen Weg zu beschreiten. Es wird Zeit, die Reise zu beenden und wieder ins Hier und Jetzt zurückzukommen. Am Ende dieser Reise wirst du ein tiefes Gefühl der Zufriedenheit, des Mutes und der Freude in dir aufsteigen. Du fühlst dich gestärkt und erfüllt von der Gewissheit, dass du die Kraft hast, dein Leben zu verändern. Du bist bereit, den Weg der Selbstheilung weiterzugehen und jeden Moment des Lebens mit Dankbarkeit und Freude zu genießen. Langsam öffnest du deine Augen. Du kommst dich in den Raum um dich herum und kehrst in den Raum um dich herum zurück. Nimm dir einen Moment Zeit, um zu spüren, wie sich dieses Gefühl der Ruhe und des inneren Friedens in dir ausbreitet. Du trägst die Heilung und dieses Momentes in dein tägliches Leben und bist bereit, jeden Tag mit einem offenen Herz zu begrüßen. Mit einem erneuten Geist kehren wir zurück in den Alltag. Ich lade euch ein, diese positive Energie mit in euren Alltag zu nehmen und sie mit anderen zu teilen. Wenn euch diese Meditation gefallen hat und ihr euch bereichert fühlt, würde es mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal liked, kommentiert und abonniert. Lass uns gemeinsam wachsen und unsere Reise zur Selbstverwirklichung fortsetzen. Möge euer Weg von Licht und Liebe geleitet sein. Lass uns gemeinsam wachsen. Lass uns gemeinsam wachsen.